Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Gotti alameen Salat wassalamu ala madina muhimma toala adi alam share alam ba'd entschuldige bitte noch einmal die Verspätung. Das lag nicht an mir. Ich musste noch unten kurz eine kleine Rede halten für eine Trauerfeier und eine Trauergesellschaft. Wir wollen heute, insha'Allah, meine lieben Geschwister, uns diese Woche und nächste Woche insha'Allah mit den sogenannten Ayat As-Siyam aus Surat Al-Baqarah beschäftigen. Wir haben ja so und so die ganze Zeit tefsiert in dem Sinne. Da habe ich mir gedacht, als Vorbereitung für den Monat Ramadan halte ich es für sehr angebracht, dass wir uns mit den Ayat beschäftigen, welche Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf das Fasten im Monat Ramadan herabgesandt und unserem bliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart hat. Die Fastenverse beginnen ab dem Vers Nummer 183 von Surat Al-Baqarah. Wir wollen heute insha'Allah uns mit den ersten drei Versen beschäftigen und nächste Woche uns die letzten beiden Verse anschauen. Also es sind insgesamt fünf Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala über das Fasten in Surat Al-Baqarah spricht. Zunächst erst einmal wollen wir uns den Kontext anschauen, in dem Allah subhanahu wa ta'ala diese Verse gesetzt hat. Allah subhanahu wa ta'ala behandelt vor diesem Thema ein ganz anderes Thema. Weiß jemand, welches Thema vorher behandelt wird vor den Fastenversen? Zwei Themen. Das erste Thema ist das der Wiedervergeltung. Allah subhanahu wa ta'ala er sagt, O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch wieder Vergeltung für die Getöteten. Al-Hurru bil-Hurri wal-Abedu bil-Abedi wal-Untha bil-Untha Der Freie für den Freien, der Sklave für den Sklave und das Weib für das Weib. Faman uffi alahu min-Akhihi shay'un fattiba'un bil-Ma'rufi wa-Ada'un ilayhi bi-Ihsan Doch wenn einem von seinem Bruder etwas erlassen wird, so soll die Verfolgung der Ansprüche in rechtlicher Weise und die Zahlungsleistung an ihn auf ordentliche Weise geschehen. Das ist eine Erleichterung von euren Herren und Erbarmung. Faman i'tada ba'da valika falahu a'zabun alim Wer aber nach diesem eine Übertretung begeht, für den gibt es schmerzhafte Strafe. Das ist der eine Vers. Der nächste Vers erklärt noch einmal, warum es überhaupt so ein Prinzip wie Wiedervergeltung gibt. In der Wiedervergeltung liegt Leben für euch, oh, die ihr Verstand besitzt, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Das sind zwei Verse gewesen über die Wiedervergeltung. Was hier erstmal interessant ist, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Vers zur Wiedervergeltung genau so einleitet wie den Vers zum Fasten. Wir würden nämlich der Fastenvers eingeleitet. Die meisten von euch oder viele von euch kennen den ersten Vers sicherlich auswendig. Wie heißt der erste Vers zum Fasten? Wir werden die natürlich gleich nochmal behandeln, aber ich frage einfach mal insha' Allah wa ta'ala. Genau dasselbe. Vorgeschrieben ist euch. Und jetzt aber Al-Qisas, hier Al-Qisas, die Liebe der Geltung, und dort As-Siyah. Worauf deutet das hin? Das deutet darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala für die Pflicht des Fastens genau dieselbe Formulierung verwendet für eine, ja, kann man sagen, für einen gesellschaftlichen Aspekt. Und zwar für ein Gebot, der die zwischenmenschlichen Beziehungen betrifft. Was sagt uns das? Etwas sehr, sehr Wichtiges. Das sagt uns, dass die gesellschaftlichen Gebote genauso eine Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala haben und dementsprechend auch für einen Muslim haben sollten, wie die gottesdienstlichen Handlungen. Und dass man das eine nicht vom anderen einfach so trennen kann, wie es heutzutage von vielen, gerade auch Liberalen immer wieder getan wird, wo behauptet wird, man muss alles in einem historischen Kontext sehen. Diese Herangehensweise ist sehr gefährlich. Weil da stellt sich nämlich die Frage, wo setze ich die Grenze für diesen historischen Kontext? Setze ich ihn nur für gesellschaftsrelevante Fragen, wie beispielsweise das Erbrecht oder die Frage zur Wiedervergeltung oder anderen Dingen? Oder setze ich das noch weiter sogar für gottesdienstliche Handlungen? Und es gibt einige, die so weit gegangen sind und die so weit gehen, welche sagen, wir können bestimmte Dinge wieder austauschen. Als Beispiel, ein sehr, sehr verbreitetes Beispiel. Ihr merkt, ich gehe häufig auf diesen Aspekt ein, weil ich sage euch eine Sache, diese Frage des sogenannten säkularen oder liberalen Islam, die wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch sehr, sehr stark beschäftigen. Und wenn wir da nicht gewappnet sind als Muslime, dann wird es nicht mehr lange dauern und es wird kein Islam mehr in dieser Gesellschaft sichtbar sein. Das heißt, es ist nur noch eine Frage von zwei oder drei Generationen und der Islam wird sich hier auflösen. die Muslime werden sich vollständig auflösen. Das ist keine einfache Frage. Es geht hier wirklich um die Bewahrung unserer Identität in dieser Gesellschaft. Weil der Druck der Mehrheitsgesellschaft auf die Muslime ist so stark, dass wenn die Muslime nicht an ihren Werten und an ihrer Identität festhalten, es nur eine Frage von wenigen Generationen ist, bis wir assimilierte Muslime haben, mit anderen Worten, Muslime, die vom Islam nicht mehr wissen, als dass ihr Urgroßvater einmal Muslim gewesen war und gebetet hat. Das geht manchmal schon nach zwei Generationen. Und dementsprechend müssen wir diesen Aspekt immer wieder hervorheben. Weil auf Facebook, auf Instagram, in den Sozialmedien, in der Politik wird solch ein Druck ausgeübt, dass die Muslime sich trennen von ihrer Tradition, dass wenn die Muslime nicht standhaft bleiben und aufpassen, genau das geschehen wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das immer wieder hervorheben. Das immer wieder hervorheben. Wir dürfen eines nicht vergessen. Nur damit wir auch mal diese Umstände hier verstehen, die wir hier in Europa und in Deutschland haben. Es haben sich jetzt im Laufe der letzten fünf oder sechs Jahre mehrere Standorte der islamischen Theologie in Deutschland verbreitet. Der sechste Standort ist jetzt in Paderborn und der siebte wird jetzt in Berlin kommen. Wahrscheinlich schon nächstes Semester oder übernächstes Semester. Und diese Frage der islamischen Theologie ist eine grundlegende Frage, weil es ist klar, dass natürlich die staatlichen Institutionen auch ein bestimmtes Ziel damit verfolgen. Wir Muslime können ebenfalls davon profitieren. Das bedeutet nicht, dass wir davon nicht profitieren können und dass wir nicht danach streben sollten, dass wir solche Institutionen haben. Nur wenn diese Institutionen in die falschen Hände gelangen und wenn wir sie nicht richtig nutzen und darauf Acht geben, dass wir unsere Identität als Muslime wahren, dann werden diese Institutionen irgendwann einmal nicht in unserem Sinne sein, sondern ganz im Gegenteil gegen uns sein. Das geht schneller, als man denkt, man braucht nur ein paar Theologen, die solche Auffassungen haben und die dann das Sagen haben in der Gesellschaft und vielleicht irgendwann einmal auch in der Community und schon wirst du merken, wie sich ein falsches Verständnis vom Islam verbreitet, was den Muslimen sehr, sehr stark schaden wird. Also, kommen wir zurück zum Thema Insha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala erleidet es genauso ein. Und jetzt kommt wieder etwas, was so eingeleitet wird. Aber diesmal nicht mit den Worten Sondern direkt vorgeschrieben ist euch was? Wenn sich einem von euch der Tod naht, sofern er gut hinterlässt, also Vermögen hinterlässt, ein Vermächtnis zugunsten der Eltern und Nächstenverwandten in rechtlicher Weise zu treffen. Haqqan ala al-muttaqin als eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Boah. Schaut mal diese Überleitung. Von der Wiedervergeltung, wo es ja um den Tod geht, geht Allah ta'ala jetzt über zu etwas anderem, was eigentlich jeden betrifft. bei der Wiedervergeltung geht es immer nur um Tote, welche umgebracht wurden. Und jetzt leitet Allah ta'ala über zu jedem Menschen, der etwas zu hinterlassen hat. Schaut mal diese schöne Überleitung. Man denkt erstmal, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sehr, sehr viel. Es geht um die Frage des Todes. Bei der Wiedervergeltung ist zuvor jemand gestorben und zwar sehr plötzlich, der vielleicht gar nicht darauf eingestellt gewesen war, dass er sterben wird. Er wurde umgebracht und es wird wahrscheinlich jemand sterben oder auch nicht, je nachdem ob die Verwandten ihm das verzeihen oder nicht oder vielleicht eine Gegenleistung akzeptieren, der diesen umgebracht hat und dann vor Gericht gestellt wurde. Und jetzt leitet Allah über zu der Frage des Testamentes etwas, was viele von uns vernachlässigen. Und Allah zeigt insbesondere dann, wenn ich etwas Wichtiges zu hinterlassen habe, was andere wissen müssten, wie beispielsweise Schulden oder Geld, was ich irgendwo liegen habe, von dem niemand etwas weiß oder irgendetwas anderes, was wichtig wäre, wie beispielsweise, dass ich zum Islam konvertiert bin und klargestellt werden muss, dass ich Muslim bin und auch auf einem muslimischen Friedhof muslimisch bestattet werden möchte, weil sonst nämlich meine nicht-muslimischen Verwandten darauf bestehen werden, dass ich ganz normal bestattet werde, wie jeder andere. Passiert sehr, sehr häufig. Wenn ich solche wichtigen Dinge habe, muss ich, wie es der Prophet und Allah hier an diesem Platz gesagt haben, mein Testament bereit haben. Und deswegen sagt der Prophet es ist die Pflicht eines jeden Musbens, dass er keine Nacht oder keine zwei Nächte schläft, außer dass unter seinem Kopfkissen sein Testament liegt. Q-Tip seine Pflicht vorgeschrieben wie das was gibt. Interessant ist, Allah hat es sich eingeleitet mit Warum? Weil es ungefähr dasselbe Thema ist. Und jetzt spricht Allah über ein Unrecht. Das heißt, ich kann theoretisch auch jemandem das mündlich sagen, vor Zeugen mündlich übertragen. Das heißt, dass ich zumindest Leuten Bescheid gebe, meiner Frau oder meinen Kindern sage, guck mal, ich habe noch Schulden bei dem. Falls ich sterben sollte, ihr wisst Bescheid. Wer es aber abendet, nachdem er es gehört hat, so liegt dessen Sünde nur bei demjenigen, der es abendet. Und jetzt kommt plötzlich Achso, es kommt noch ein Vers. Wer von Seiten eines Erblass Abweichung oder Sünde befürchtet und zwischen ihnen schlichtet, den trifft keine Sünde. Allah ist allvergebend unter dem Herzen. Alles bezieht sich auf was? Auf das Testament und das Erden. Und jetzt kommt plötzlich mir aus dem Nichts Odi, ihr glaubt, das Fasten wurde euch vorgeschrieben. Was hat das Fasten damals zu tun? Hat der Koran überhaupt keinen Zusammenhang? Es ist einfach nur aneinandergereiht, den? Nein, bei Allah, das ist nicht so. Gegenteil. Was ist der Kontext? Warum erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala jetzt nach der Wiedervergeltung und dem Testament, wo wir ja noch den Zusammenhang verstehen, plötzlich das Fasten? Weil dein Fasten hat ja auch mit dem Tod zu tun. Nach dem Tod werden wir in der Tat alle gerichtet. Und wenn das Fasten und das Gebet wenn das fehlt, dann ist das auch und dann Ja, also es soll wahrscheinlich in irgendeiner Weise auch um etwas gehen, was mit meinem Tod zu tun hat. So als würde Allah subhanahu wa ta'ala mich auf etwas hinweisen, nämlich auf eine Ibaade hinweisen, auf eine Tat hinweisen, welche mir dabei hilft, mich auch bei dem Tod adäquat und richtig und in korrekter Weise und in gezielter Weise vorzubereiten. Der Tod auf der einen Seite und jetzt, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Der Tod kann mich jeden Moment ereilen. Bin ich vorbereitet auf diesen Moment? Habe ich wirklich das Gefühl, dass ich vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen kann? Allah ta'ala, er zeigt uns Muslimen jetzt auf, wie wir uns unter anderem auf diesen Moment des Todes vorbereiten können. Er zeigt uns, wie wir uns läutern können, wie wir uns reinigen können, wie wir niemals das Ziel dieses Lebens aus den Augen verlieren werden, nämlich indem wir uns immer wieder innerlich läutern und immer wieder zu Allah zurückkehren. Aber noch etwas anderes, wenn es um das Erbe geht. Bitte. Auch nochmal, sehr schöner Hinweis. eine Pflicht für die Muttaqin und dann zeigt dir Allah ta'ala auf, wie du zu den Muttaqin werden kannst. Sehr schön, MashaAllah. Ein sehr, sehr schöner Zusammenhang. Wie gehöre ich zu den Muttaqin? Wie werde ich zu einem, der sich auf den Tod vorbereitet? Weil es geht ja um das Testament. Mal ganz ehrlich, welcher Jugendliche schreibt sein Testament? Wer schreibt denn ein Testament? Normalerweise Leute, die vielleicht vermögend sind und schon 60, 70 Jahre alt sind. Das sind Leute, die sich über ein Testament Gedanken machen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt mir, nein, unabhängig davon, du musst immer vorbereitet sein. Und die Muttaqin, sie bereiten sich auf diesen Moment vor. Die Muttaqin, sie bereiten sich genau auf diesen Moment vor. Auf dem Moment des Todes. Das ist dann ebenfalls eine andere wichtige Sache. Was ist das Fasten für eine Ibadah? Die Gelehrten, sie haben die Ibadah in unterschiedliche Kategorien unterteilt. Und eine Kategorie ist, es gibt Ibadah des Handels, Ibadah Fi'liya. Und es gibt sogenannte Ibadah Turkiya. Dass ich etwas unterlasse, auf etwas verzichte. Und worüber spricht Allah subhanahu wa ta'ala in dem Vers davor? Er spricht über Leute, welche etwas abändern vom Testament, damit sie davon profitieren. Welche Unrechte und welche anderen Menschen etwas wegnehmen zu Unrecht. Und Allah ta'ala, er zeigt uns auf, wie ich als Muslim eigentlich sein sollte. Ich sollte nämlich auf Dinge, die verboten sind, verzichten. Schaut mal, subhanahu wa ta'ala, wie viele Zusammenhänge zwischen den Versen sind. Das ist unglaublich. Und jetzt beginnt Allah ta'ala, diesen ersten Vers, mit dem Aufruf an die Gläubigen. Ja, eyyuhallazina, amanu. Immer wieder, die Gläubigen sind damit gemeint. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt ihnen eine neue Pflicht auf. Wann wurde dieser Vers dann offenbart? Wann wurde dieser Vers offenbart? Wann wurde das Fasten zu einer Pflicht? Korrekt, im zweiten Jahr nach der Hijra. Also im ersten Jahr war das Fasten im Ramadan noch keine Pflicht gewesen. Die Gelehrten sagen, dass lediglich das Fasten am Tag von Ashura eine Pflicht gewesen war. Weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er kam in Medina an, wahrscheinlich an dem Tag, wo die Juden auch Ashura fasteten. Das Ashura der Juden ist ein anderes Ashura, als wir es kennen. Das Ashura der Juden ist wahrscheinlich der Jungen Kippur. Das heißt, der Tag sozusagen, es ist der zehnte vom ersten jüdischen Monat im jüdischen Kalender. Und der zehnte Muharram ist sozusagen der zehnte vom ersten Monat im islamischen Jahr. Und in dieser Hinsicht haben dann wahrscheinlich die Muslime, wie es überliefert wird, authentisch, dann übernommen. Und auf jeden Fall im zweiten Jahr nach der Hijra, also direkt nachdem der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dann auch kurz nachdem er in Medina ankam, hat Allah, sallallahu wa ta'ala, jetzt dieses Fasten eingeführt. Interessant ist, dass Allah, sallallahu wa ta'ala, für das Fasten das Wort Suryam benutzt. Welches Wort gibt es denn noch für das Fasten? Es gibt Suryam. Was gibt es noch? In die Arabisch können. Was heißt Fasten noch? Im Arabischen. Also auch von derselben Wortwurzel. Ja, ich meine, dieselbe Wortwurzel. Man sagt Suryam Ramadan, oder? Saum Ramadan. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum Allah, sallallahu wa ta'ala, das Wort Suryam verwendet. Und nicht das Wort Saum. Eine Frage, die man sich stellen kann, weil das Wort Saum wird einmal im Koran verwendet. Und zwar in Surat Maryam. Sagt Allah, sallallahu wa ta'ala, auf der Zunge von Maryam, also er zitiert Maryam. Ich habe dem Al-Abama sozusagen ein Gelübde, wie sagt man, gibt es dafür ein Verb? Ja, genau. Also Saum, wie sagt man das Verb von Gelübde? Geschworen, oder sozusagen, ja genau. Also der Wort, ich habe ihm sozusagen das Gelübde geschworen, Saum zu machen. Und die meisten oder viele der Mufassirun sagen, dass hiermit was gemeint war? Ja, dass sie auf die Worte verzichtet hat, dass sie nicht geredet hat. Das heißt, Saum ist eine Form vom Fasten. Unabhängig davon, von was ich faste, oder auf was ich verzichte. Ob es Worte sind, ob es Essen und Trinken ist. Saum wird auch von unserem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, verwendet. Also in verschiedenen Hadisen sagt er Saum Ramadan. Ja, aber er verbindet es immer mit was? Mit Ramadan. Das klar ist, ah, was für ein Fasten gemeint ist. Aber wenn ich einfach nur Saum sage, kann nämlich was gemeint sein? Jegliche Form von Verzicht. Und deswegen beispielsweise, die Christen, ja, sie fasten ja auch. Jetzt gerade in der Osterzeit haben sie 40 Tage der Fasten, ja. Und das Fasten, gerade auch bei den Protestanten, ja, ist eher, sage ich mal, freiwillig. Das heißt, ich kann auf das verzichten, worauf ich verzichten möchte. Aber nicht wie bei den Muslimen oder bei den Juden. Bei den Juden ist es auch immer noch so, bei Yom Kippur fasten sie 25 Stunden und verzichten auf Essen, Trinken und auf Geschlechtsverkehr. Und sie haben auch einige andere Tage, wo sie fasten. Wo sie dann aber von noch vier anderen Tagen, wie wir als Muslime von der Morgendärmung an bis zum Sonnenuntergang fasten, genauso wie wir Muslime, also auf Essen und Trinken verzichten. Ja? Also da sehen wir, wenn wir von Saum sprechen, dann ist damit erst einmal jegliche Form von Fasten gemeint. Und von Verzicht. Aber wenn wir von Siyan sprechen, und deswegen wird Siyan siebenmal im Koran erwähnt, siebenmal immer wieder, ja, verwendet Allah immer wieder Siyan, so dass jeder Muslim weiß, welche Form vom Fasten gemeint ist, nämlich die Form, die der Islam eingeführt hat. Nämlich das Fasten von der Morgendärmung an bis zum Sonnenuntergang, wobei ich auf das Essen, das Trinken und den Geschlechtsverkehr verzichte. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat es klar und deutlich definiert, was mit Siyan gemeint ist. Und Siyan ist sozusagen, kommt von der Wortwurzel Fi'al, ja, und Fi'al, ja, ist eine sogenannte Srirat Mubalara, oder Ziyade fil Mebna, das heißt sozusagen, es ist eine Steigerungsform. Und worauf möchte ich diese Steigerungsform hin? Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Deswegen, Salah und Zakah kommen von einer ähnlichen Form, nicht von Fi'al, sondern von Fa'al, ja. Und worauf deutet diese Form hin? Dieses Fi'al, Fa'al. Es ist so eine Art Waage, die wir in der arabischen Sprache haben, auf die sich die Worte sozusagen dann auch zurückführen lassen. Es deutet auf etwas weiteres hin, als nur einfach die Tat selbst. Es deutet darauf hin, dass ich eine Tat regelmäßig und dauerhaft mache. Also, ich faste nicht nur einmal, sondern ich faste immer regelmäßig. Und das Fasten wirkt nach. Ich bete nicht nur einmal, sondern ich bete regelmäßig. Und das Gebet wirkt nach. Ich gebe dieser Kerl nicht nur einmal, wenn ich gerade Lust habe, sondern ich mache es regelmäßig. Und dieser Kerl, sie wirkt nach. Sie hinterlässt etwas bei mir. Ganz wichtig, der Koran ist genau in seinen Worten. Das Fasten, so wie es Allah Ta'ala von mir verlangt hat. Nicht irgendein Fasten. Ganz wichtig, ich kann das auch nicht verändern, austauschen. Und deswegen, Salah Ta'ala, ergibt uns vielleicht auch einen indirekten Hinweis darauf, dass das Fasten bei den vorherigen Religionen genauso war wie bei den Muslimen. sich vielleicht in kleinen Aspekten unterschied, aber grundsätzlich es um Verzicht ging auf Essen, auf Trinken und auf den Geschlechtsverkehr. Und deswegen, die älteste monotheistische Religion ist welche? Das Judentum. Und die Juden fasten genauso wie die Muslime. Subhanallah. Die Juden fasten genauso wie die Muslime. Erst im Christentum hat sich das verändert. Und die ersten Christen, Risa alaihi salam, auf jeden Fall, werden natürlich genauso gefasstet haben wie die Juden. Also stimmt das, was Allah sagt. Und ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten. Wie es denjenigen von euch vorgeschrieben war, ja, hier ist ein Fehler. Achso, wie es denjenigen von euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möchtet. Subhanallah. Allah Ta'ala, er zeigt uns auf. Die Religionen sind in den grundlegenden Fragen gleich gewesen. Kein Unterschied. Es gibt kleine Unterschiede. In Einzelheiten. Aber grundlegend, in den grundlegenden Fragen sind die Religionen alle gleich gewesen. Und deswegen sagt ja der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Al-Anbiya'u ikhwatun li'allat. Die Propheten sind Geschwister väterlicherseits. Dino'hum wahid, ihre Religion ist dieselbe. Das ist ja alles von Allah. Wa umma hatuhum shatta. Aber ihre Mütter sind unterschiedlich gewesen. Es gab einige Ausprägungen zu den verschiedenen Zeiten. Aber grundsätzlich sind die Religionen gleich gewesen. Und deswegen, das Fasten bei den vorherigen Religionen war wie das Fasten bei uns gewesen, mit einigen wenigen Unterschieden. Aber in den Grundzügen war es gleich gewesen. Allah subhanahu wa ta'ala, er will uns also aufzeigen, dass wir als Muslime nichts Neues eingeführt haben. Deswegen wundert man sich ja auch manchmal über Christen oder auch andere, die sagen, Fasten, gar nicht, wenn ich vorstelle. Das gibt es doch von deiner Religion. So brav aber. Sogar 40 Tage. Was redest du das? Gibt es genauso auch bei dir. Wir haben nichts Neues gebracht. Das ist keine Bitter. Wir haben nichts Neues gebracht. Und dann kommen sie und sagen, wie haltet ihr das? Ja, das ist dein Problem, du beschäftigst dich mit deinem eigenen Glauben nicht. Du weißt überhaupt nicht, was dein eigener Glauben ist. Im Christentum gibt es sogar zwei grundsätzliche Fastenzeiten. Welche sind denn das? Einmal die Osterzeit und dann? Ja, genau, vom 11. November irgendwie, habe ich heute nochmal gekauft, vom 11. November bis, ja irgendwas genau, bis dann sozusagen zur Weihnachtszeit. Ja? Also eigentlich gibt es zwei Zeiten. Sogar noch länger als wir. Und deswegen, das ist ganz wichtig, dass wir das auch wissen als Muslime. Allah Ta'ala, er zeigt uns etwas ganz, ganz Wichtiges auf. Ja? قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَ مِنَ الرُسُّلْ Sprich, ich bin keine Neuerung unter dem Gesandten. Ich bin nicht, ich bin nur gekommen, um das zu bestätigen, was vorher war. Um euch nochmal darauf hinzuweisen. كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ اَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Natürlich will Allah Ta'ala uns auch in gewisser Weise, ja, anspornen. Wir will uns aufzeigen, guckt mal. Glaubt ja nicht, dass ihr die einzigen seid, die Gebote haben. Glaubt ja nicht, dass ihr die einzigen seid, die es schwer haben. Im Grunde genommen, wie wir in den späteren Versen noch sehen werden, hat es Allah euch sogar besonders leicht gemacht. Viele Muslime hört man immer wieder, oh, es ist so schwer, mein Glauben zu praktizieren. Ich sage euch eine Sache, geht mal zu einem orthodoxen Juden. Geht mal zu einem orthodoxen Juden nach Hause und sprecht mal mit ihm über sein Leben in Deutschland. Also hätten sie nicht diese Sonderstellung in Deutschland, dann würden sie den Glauben sehr schwer praktizieren können. Sehr schwer, weil sie wirklich auf jede Kleinigkeit Acht geben müssen. Wenn wir sagen, Halal ist schon schwierig, für sie ist Koscha noch schwieriger. Wisst ihr, was Koscha bedeutet? Koscha bedeutet erstens, dass ein Rabbiner das überprüft haben muss. Habt ihr schon mal Koscha gesehen im Flugzeug, wenn das reserviert wird? Ja, ich habe es einmal bestellt. Das ist sozusagen wirklich hermetisch verriegelt, dass man auch wirklich weiß, dass da niemand dran gewesen war, außer ein Rabbiner Nummer eins. Nummer zwei, ja, es muss zwei getränkte Küchen geben. Eine Küche, wo Milchprodukte verarbeitet werden und eine Küche, wo Fleischprodukte verarbeitet werden. Es dürfen nicht Fleisch- und Milchprodukte gemeinsam an einem Ort oder zur gleichen Mahlzeit zu sich genommen werden, als orthodoxer Jude. Es ist verboten. Es muss in jedem Fall geschächtet sein. Also es gibt sehr, sehr viele strenge Regeln. Am Sabbat, am Samstag ist es verboten, irgendetwas zu machen. Vom Freitagabend, also Sonnenuntergang, bis zum Sonnenuntergang am Samstag, darf jemand, der seinen Glauben als Jude ernst nimmt, wirklich nicht arbeiten. Gar nicht arbeiten. Es ist sogar verboten, einen Stift in die Hand zu nehmen. Ich habe das selbst erlebt mit einem jüdischen Rabbiner, der meinte, wir dürfen nicht schreiben, ich darf nicht unterschreiben. Weil es Samstag ist, darf ich nicht unterschreiben. Also es ist sehr, sehr streng. Und jemand sprechend, Allah, der wird uns etwas aufzeigen, das ist ein Gebot, ja, es ist anstrengend ein bisschen. Aber ihr seid nicht die Einzigen. Und strengt euch an, versucht es richtig zu machen, in bester Weise. Und jetzt zeigt uns Allah, subhanahu wa ta'ala, gleich am Anfang dieses Abschnittes auf, was das höchste Ziel des Fastens ist. Und wir haben schon oft darüber gesprochen, nämlich la'allakum tad taqwa. Auf das ihr Taqwa erlangen mögget. Taqwa. Was ist die Definition von Taqwa? Wir werden wahrscheinlich noch oft über Taqwa im Ramadan sprechen. Aber was ist die Definition von Taqwa? Damit ich verstehe, was Allah, subhanahu wa ta'ala, überhaupt von mir möchte. Damit ich verstehe, wie ich mich auf den Monat Ramadan überhaupt vorbereiten kann. Was ist die Definition von Taqwa? Ja, Gott ist Furcht. Aber jetzt die grundlegende Bedeutung des Wortes. Taqwa. Ja. Ja, es sind jetzt alles Übersetzungen. Aber ich möchte jetzt wirklich die grundlegende Bedeutung, die sprachliche Bedeutung. Ja. Von welchem Verb kommt denn Taqwa? Von welchem Verb kommt Taqwa? Ja. Ja, das ist jetzt nicht die Grundbedeutung. Das ist schon richtig. Schutz. Wiqaya. Schützen. Wiqaya. Das heißt, ja, wenn ich sage Taqwa, kommt das von dem Verb Ittaqwa. Und Ittaqwa heißt, sich selbst schützen. Sich selbst schützen. Also, ganz wichtig, Schutz und Taqwa kommt von Ittaqwa und Ittaqwa heißt, sich selbst schützen. Ittaqi. Ana Attaqi sharrahu. Ich schütze mich vor seiner Botschaftlichkeit. Bei der Taqwa geht es also um einen Schutz. Dass ich mich schütze, in erster Linie vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Schutz, dass ich mich schütze vor den Sünden. Und dieser Schutz, der führt zu einem Bewusstsein. Deswegen habt ihr Bewusstsein genannt. Eine der schönsten Definitionen von Taqwa überhaupt ist in Form einer Frage gegeben worden. Und zwar von, wovor ich mich entsinnen kann, Abu Huraira. Und zwar wurde einmal Abu Huraira gefragt von einem Mann, was ist Taqwa? Woraufhin Abu Huraira sagte, er stellte ihm eine Gegenfrage. Und er sagte zu ihm, bist du schon mal auf einem Weg, oder bist du schon mal auf einem Weg gelaufen, der voller Dornen ist? Und woraufhin, er sagte ja. Und Abu Huraira fragte ihn, was hast du getan? Er meinte, ich habe versucht auszuweichen. Oder ich habe versucht, mich zu schützen. Und nicht auf die Dornen zu treten. Kennt ihr das, wenn ihr auf einer Wiese seid und der Ball, ihr habt gerade die Brüder, dann spielt der Fußball und dann fällt der Ball genau in die Brennnessel rein. Kennt ihr, oder? Und dann muss man erstmal jemanden finden, der dann reingeht. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, man nimmt wahrscheinlich denjenigen, der eine lange Hose anhat. Nummer drei, man versucht die ganze Zeit zu gucken, wo sind die Brennnessel und weicht aus. Und dann, boah, krass. Und dann, jetzt hat er sich nicht aufgefasst. Und man passt auf, dass man ja nicht die Brennnessel bringt. Und genau das ist die Taqqa, dieses Bewusstsein. Ich schütze mich vor den Sünden. Ich schütze mich vor den Irrwegen. Ich schütze mich vor der Einflüsterung des Schaitans. Ich schütze mich vor der Sünde. Ich schütze mich vor der Strafe Allahs. Ich schütze mich vor der Hölle. Das ist alles, dieses Bewusstsein. La'allakum tattaqun heißt, dass ich genau dieses Bewusstsein erlange. Und deswegen, Gottesfurcht ist für mich eine, ja, man kann auch diesen Aspekt der Furcht natürlich mit berücksichtigen. Man müsste aber, ich finde Gottes Bewusstsein einfach besser. Weil es einfach all diese Dinge und all diese Aspekte zum Ausdruck bringt. La'allakum tattaqun. Genauso wie ich beim Fasten darauf achtgebe, dass ja nichts in meinem Magen gelandet wird. Und dass ich ja die Zeiten einhalte. Dass ich ja nicht den Adhan überschreite beim Essen. Genauso will auch Allahs subhanahu wa ta'ala, dass ich auf meine Taten achtgebe. Und jetzt beginnt Allahs subhanahu wa ta'ala, über den Ramadan zu sprechen. Noch nicht direkt, aber indirekt. Ayyaman ma'adudat. Allahs subhanahu wa ta'ala, er beginnt mit einer sehr, sehr merkwürdigen Einleitung, an bestimmten Tagen. Worauf deutet denn diese Formulierung na'adudatin? Guck mal, ganz wichtig, es gibt im Arabischen, die Arabische Sprache sehr reichend. Es gibt im Arabischen zwei verschiedene Formen von Plural. Es gibt noch andere Kategorisierungen des Plurals im Arabischen. Aber ein Unterscheidungsmerkmal für den sogenannten Jam'a, den Plural, ist Jam'u al-Kathrati wa Jam'u al-Qilla. Jam'u al-Kathra und Jam'u al-Qilla. Jam'u al-Kathra, der Plural, der auf eine Vielzahl hindeutet. Und Jam'u al-Qilla, der Plural, der auf eine kleine Anzahl hindeutet. Jam'u al-Qilla deutet in der Regel auf drei bis neun Sachen hin. Und Jam'u al-Kathra auf viele Sachen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er verwendet jetzt das Wort Ayyaman ma'adudat. Und die Gelehrten sagen, dass hier in beiden Formen der sogenannte Jam'u al-Qilla verwendet wurde. Also Allah will uns auf etwas hinweisen. Die Zeit geht schnell vorüber. Allah ta'ala, er will euch nicht quälen mit dem Fasten. Es ist eine vorübergehende Zeit. Macht euch keine Sorgen. Geht schnell vorüber. Und jetzt geht es weiter. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Selbst wenn ihr krank sein solltet oder auf der Reise sein solltet. Ihr müsst nicht fasten. Wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Interessant ist, Allah ta'ala, er sagt, von irgendwelchen anderen Tagen. Das heißt, wenn du fünf Tage hintereinander nicht gefastet hast, dann bedeutet das nicht, dass du fünf Tage hintereinander die Tage nachholen musst. Du kannst das verteilen, du möchtest auch das Ganze, ja. Also Allah ta'ala, er spornt uns an. Allah ta'ala, er will uns die Angst nehmen vor einer Sache. Und genau das ist das, was unser Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, auch immer wieder getan hat. Er hat immer wieder versucht, dem Menschen die Angst vor den Geboten zu nehmen. Indem er es ihm nämlich leicht gemacht hat, sallallahu alayhi wa sallam. Und deswegen haben wir immer wieder die Worte des Propheten zu Hause, laula an ashukka ala ummeti. Würde ich es nicht meiner Umme zu schwer machen, dann hätte ich ihnen das und jenes geboten. Aber da ich weiß, dass ich es ihnen zu schwer machen würde, kalas, habe ich davon abgesehen. Im Ramadan, unser Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, er betet drei Tage in der Moschee, das Talawish Gebet, und am vierten Tag kommt er nicht mehr raus. Mit welcher Begründung? Mit der Begründung, ich habe Angst, dass es zur Pflicht werden könnte. Wie? Allah macht doch eine Sache zur Pflicht. Und der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, die kann eine Sache zur Pflicht werden, wenn sie freiwillig ist. Die Menschen könnten glauben, dass es eine Pflicht ist. Wenn der Prophet etwas jeden Tag in der Moschee macht, im Ramadan, was könnten die Menschen dann denken? Er hat es jeden Tag gemacht, also, das ist eine Pflicht. Und somit könnte eine Sache, die vielleicht gar keine Pflicht ist, zu einer Pflicht werden. Und dann, Allah ta'ala, er macht es uns doch leichter. wa ala alladhina yutriqunahu fidyatum tu'amu miskin und denjenigen, die es zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Dieser Vers, dieser Teilvers, der hat zwei Interpretationen. Die erste Interpretation ist, diejenigen, die fasten, können aber nicht fasten wollen, die können anstelle des Fastens was machen? Die können anstelle des Fastens einen Arm speisen. Wie? Wie soll das gehen? Kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich fast oder nicht? Diese Interpretation geht auf einige Überlieferungen zurück, die darauf hindeuten, dass dieser Vers durch den Vers danach aufgehoben wurde. Wie nennt man das auf Arabisch? Wie nennt man das Aufheben eines Verses auf Arabisch? Wie nennt man dieses Prinzip? Weiß es jemand von euch, von den Schwestern? Genau. Nesr. Nesr ist der Vers, der aufhebt. Und Mensuch ist der Vers, der aufgehoben wurde. Man sagt auch, abrogiert wurde. Nesr und Mensuch. Nach dieser Interpretation hat der darauf folgende Vers, mit dem wir uns, ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen werden, aber mit dem wir uns noch beschäftigen werden, indem er mich aber ganz konkret über das Fasten im Ramadan spricht, wurde dieser Vers aufgehoben. Die zweite Interpretation ist, und diejenigen, welche es gerade so schaffen zu fasten, Yutri Hunahu von Italka Tussiyam. Was heißt Italka Tussiyam? Ruft jemand an oder wie? Was heißt Yutri Hunahu? Yutri Hunahu bedeutet, dass ich eine Sache zwar schaffe, aber gerade mal so, es mit großer Anstrengung schaffe. Und wer ist davon betroffen? Die Gelehrten haben gesagt, wer ist betroffen? Erstens, ein Greis. Also ein alter Mann oder eine alte Frau. Wer ist noch davon betroffen? Wer kann noch, anstelle des Fastens, speisen? Ja, aber nicht irgendein Marien? Nicht irgendein Kranker, sondern chronisch Kranker. Ein chronisch Kranker. Schwangere und stillende Frauen, korrekt. Schwangere und stillende Frauen. Ja? Das ist die zweite Interpretation. Die zweite Interpretation sagt also, dieser Vers ist nicht aufgehoben, sondern dieser Vers ist weiterhin bestehend. und der betrifft, welche Menschen, welche zwar theoretisch fasten könnten, aber es ihnen sehr, sehr schwer fallen würde, zu fasten. Eine Frau, die stillt, sie könnte theoretisch fasten, aber es ist sehr anstrengend. Warum? Ja, weil dadurch, dass sie ihr Kind stillt, hat sie keine Kraft mehr. Und sie wird regelrecht ausgesaugt, verliert Flüssigkeit. Ja? Und dementsprechend wäre es für sie anstrengend, ja, diesen Tag zu fasten. Ein älterer Mann, eine ältere Frau könnten theoretisch fasten, aber es würde ihnen sehr schwer fallen. Und dementsprechend können sie eine Ersatzleistung leisten, nämlich einen bedürftigen Speisen pro Tag, an den sie nicht gepasst haben. Bei Schwangeren und bei stillenden Frauen gibt es sehr weit auseinandergehende Meinungen. Sehr weit auseinandergehende Meinungen. Die Meinung, die ich diesbezüglich vertrete, ist unter anderem auch die Meinung, die Sheikh Jesus in seinem Buch für Husseyan wiedergegeben hat. Und zwar, er hat sich all diese Meinungen angeschaut und hat gesagt, eine Frau, eine stillende und eine schwangere Frau, welche mehrere Jahre hintereinander nicht fasten konnte, die kann sich auf die Meinung stützen, von den Gelehrten, die sagen, dass sie nicht nachfasten muss, sondern für jeden Tag einen bedürftigen speisen. Und die Frauen, die jetzt vielleicht nur ein Ramadan ausgesetzt haben, oder zwei Ramadan, damit kein Problem haben, 60 Tage nachzuholen, für die gilt, dass sie nachholen, ohne dass sie dafür aber eine Bedürftigkeit zahlen, ohne dass sie dafür einen bedürftigen speisen. Ja? Dass wir einfach mal so sozusagen das vor Augen haben, dass man sich auf beide Meinungen diesbezüglich stützen kann. Es gibt noch andere Meinungen, ja? Aber das ist erstmal vereinfacht dargestellt und die Meinung, die mich am meisten überzeugt. Ja? Das ist leichtes Nachzuhl und man lieber fasten sollte. Weil Allah nämlich auch sagt, ja? Ja? Weil Allah auch sagt, Aber wenn das zu viel für die Frau wird, ja? Dann sagt er lieber dann sozusagen einen Arm speisen, als dass sie das sozusagen dann übernimmt. Ja? Wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser. Ah, guck mal. Es ist so schön, wie Allah uns erzieht. Schau mal. Er sagt dir, ich mache dir alles leicht, aber gleichzeitig erziehe ich dich. Und so sollte es sein. Wir sollten versuchen, es unseren Geschwistern immer leicht zu machen. Versuche es deinen Kindern leicht zu machen in der Ausübung ihres Glaubens. Aber gleichzeitig versuche sie anzuspornen. Ich gebe euch ein Beispiel, wie das unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, selbst gemacht hat. Ihr kennt den all diesen. Aber wie gesagt, das sind immer wieder Wiederholungen und Erinnerungen. Und zwar, einmal sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, zu den Sahaben. Wer an Allah glaubt, sein Gebet verrichtet, im Ramadan fastet, ich bin jetzt sicher, ob der Prophet das mit Ramadan gesagt hat, in diesem Hadith oder nicht, aber seine Pflichten erfüllt, der wird das Paradies betreten. Unabhängig davon, ob er auf dem Wege Allahs gekämpft hat oder nicht. Kurz, der Hadith zusammengefasst mit eigenen Worten. Einige Sahaben sagten, oh, Gesandte Allahs, was sollen wir nicht den Leuten hier die frohe Botschaft verkünden, dass sie so leicht das Paradies betreten können? Was war die Antwort des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam? Was war seine Antwort? Was sagt ihr? Vielleicht kennt ihr mal so ein Hadith. Was war seine Antwort? Ja? Das ist eines Anzuges über den Hadith. Ich bleiere sagen, das sei denn anhytische things. Und das sei denn, das sei denn als Anzuges über die adversität. Nein. Ja. Was? Er hat gesagt, er hat vielleicht ja noch nein gesagt. Er hat gesagt, einfach in der Kirche 100 Derechen. Im Paradies gibt es 100 Stufen. Aعدde Allah die die Menschen in der Liebe, die Allah vorgesehen hat und vorbegratet hat für diejenigen, die auf seinem Blick abmühen. Ma beine kelle Dereche zwischen jeder Stufe und der anderen ist ein Abschnitt wie zwischen Himmel und Erde. Wenn ihr also Allah bittet, so bittet ihn um den Verdau. Weil er mitten im Paradies. Und an der höchsten Stufe im Paradies. Und von dort gehen die Flüsse des Paradieses aus. Und ich kann direkt über ihm den Thron des Al-Abama sehen. Was hat unser Prophet gemacht? Er hat aufgezeigt, Alhamdulillah, Allah ist beim Herzen. Und inshallah kann man das Paradies betreten, schon mit klein sein. Und als sie dann gefragt haben, soll ich den Leuten Bescheid geben? Hat er genau das gemacht, was Allah in diesem Vers macht. Er hat sie motiviert, nach mehr zu streben. Natürlich kannst du dein Abitur mit 3,9 bestehen. Das ist möglich. Obwohl es ganz schwierig ist. Ich habe mal gehört, es ist leichter, so ein Abitur mit 1,0 zu bescheren als mit 3,9. Weil genau 3,9 zu bekommen ist fast unmöglich. Oder hat hier jemand 3,9? Das würde er wahrscheinlich so und so nicht sagen. Okay. Aber wie gesagt, ich kann natürlich einfach bestehen. Aber ich kann gut bestehen. Und Allah Ta'ala und unser Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi, haben uns erzogen. Streng dich an, tu etwas. Versuche etwas Höherem zu streben. Es geht um viel. Es geht um sehr viel. Um Stufen, Stufen, Stufen. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala das gesagt hat, er freiblich gut, es tut es, es ist besser für ihn. Man kann noch um einiges steigen. Und dass ihr fastet, ist besser für euch. In kuntum ta'lamun, wenn ihr es nur wisst. Ah. Wenn wir wissen würden, was es für Stufen bei Allah im Paradies gibt. Wie sehr würden wir uns anstrengen? Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Ganz einfaches Beispiel. Wenn wir wissen, nein, ich beginne mal mit einem Hadith unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wo unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, bin ich ganz sicher, ich glaube, über das Fajr oder Isha-Gebet gesprochen hat. Und über die Heuchleit, welche nicht zum Gebet kommen. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wenn einer von ihnen wissen würde, dass es zwei Knochen gibt, einfach nur Knochen, die zu verschenken wären, dann würden sie rennend angucken. Knochen. Das ist ein Knochenwert. Nichts. Einfach nur ein Knochen. Und Wallahi, genau das ist so. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als, ich glaube, Mediamarkt am Alexanderplatz, ist das Mediamarkt oder so toll, ich glaube, Mediamarkt am Alexanderplatz, als sie aufgemacht haben. Die Leute haben der Hedjud gebetet davon. Die sind die ganze Nacht dort gewesen. Nur, weil sie ein USB-Stick oder weiß ich was geschenkt bekommen haben. Ja? Kriegen irgendein USB-Stick, geschenkt oder irgendwas. Die ganze Nacht verbringen sie vor Mediamarkt. Warum? Weil sie etwas Materielles sehen. Sie sehen, ah, ich bekomme etwas. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest wissen, was Allah wirklich den Gottesfürchtigen vorbereitet hat im Paradies. Stell dir mal vor, du könntest dein Haus im Paradies sehen. So eine Villa im Paradies. Lass es einfach nur eine Villa sein wie in der Dunja. Stell dir mal vor, du siehst hier eine Villa und du weißt, wenn ich mich ein bisschen anstrengere, dann wird die mir. Deine Eltern sagen dir, streng dich an, schreib eine Eins und du kriegst diese oder irgendjemand kommt zu dir, streng dich ein bisschen an und du kriegst diese Villa. Was machst du? Du wirst alles tun. Eine Villa. Und dann stell dir mal vor, du könntest dein Haus im Paradies sehen. Stell dir mal vor, du könntest die Bäume des Paradieses sehen. Wisst ihr, ein Baum, ein Baum im Paradies spendet Schatten, sodass man in diesem Schatten 500 Jahre reiten kann. Ein Baum, in dessen Schatten man 500 Jahre reitet. Stell dir vor, du könntest das sehen. Und deswegen, Allah ta'ala, er sagt uns, es ist besser für euch, wenn ihr nur wissen würdet. Das Problem ist, wir wissen das nicht. Viele von uns vergessen das. Und deswegen müssen wir an unserem Iman arbeiten. An unserer Taqwa arbeiten. Weil durch unsere Taqwa erreichen wir die Stufe des Ihsan. Und die Stufe des Ihsan bedeutet, an ta'bud Allah ka'ennaka tara. Dass du Allah dienst, als könntest du ihn sehen. fa'illam ta'kun tarahu fa'illam huyaraq. Selbst wenn du ihn nicht sehen kannst, so weißt du, dass er dich sieht. Subhanallah. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Und jetzt, wir werden den Fest jetzt heute nicht mehr machen, jetzt beginnt Allah für alle ganz konkret über den Monat Ramadan zu sprechen. Und es wird eine Verbindung hergestellt zwischen dem Fasten im Ramadan und zwischen der Herabsendung des Korans. Manche Gelehrte sagen, ich erinnere es vorweg, wir erinnern es das nächste Mal nochmal wiederholen in Scha'wa. Manche Gelehrte sagen, dieser Vers hat den vorherigen Vers abrogiert, aufgehoben. Also dieses freiwillige Fasten, dass ich fasten kann oder nicht, oder eine Ersatzleistung zahle, das ist aufgehoben worden durch diesen Vers. Ich lese den Vers nur einmal vor und nächstes Mal werden wir ihn besprechen in Scha'wa. Schahru Ramadan alladhi unsida fihil Qur'an. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Qur'an herabgesandt wurde. hudan minnas, als Rechtleitung für die Menschen. wa bayyinatim min al-huda wal-furqan und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. War unglaublich, dieser Vers. Ihr könnt noch sehen, subhanallah, wir können auch so viele Lehren ziehen. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُونَ Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا وَأَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ أَيَّامٍ auf das ihr dankbar sein mögeet. Mehr zu diesen Versen insha'Allah und dem Tafsir dieses Verses dann in der kommenden Woche. und dem Tafsir und dem Tafsir